hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren angeschaut video heute no reloading das ganze gibt es bei g round unten bei der beschreibung und auf steam in the known universe that carries your favorite dog food all right it just happens to be the closest apology accepted you know i could never be mad at you that's strange i don't normally i wouldn't leave my whip in a bad neighborhood like this but duke needs his favorite crow i can't believe i'm the only sentient robot in the galaxy and here i am taking orders from a verbal with a brain the size of a walnut soon trademark okay svening machine man wenn auf jeden fall springen duke really loves this food makes no sense to me but as long as he's happy das schiff sieht nicht mehr so fresh aus oh no my beautiful ship oh cruel hand of fate who could have foreseen this happening that we have your dog hello hello no we have your dog one million credits heart goblins that's not heart worthy that's not heart worthy at all okay sie haben meinen hund geklaut no one steals my full john wing mode jetzt okay für den taser wollen wir natürlich haben for me you shouldn't have but yeah let's go ich hab noch keine keine ahnung genau das ist halt weh äh wie genau ich Leute kicken kann kann ich irgendwie noch nicht mit den taser oder sorry wir sollen raus okay hör wir mal ganz witzig dass wir sachen werfen Ich kann dann auf jeden Fall Goblin suchen Let's go, weiter hoch 29 von 29 Tipp, schuld Shoot dodging and sliding reduces in common danger Roller out Slowdown time Okay Exit spotted Style increases my recovery You know, making me drop my stuff is annoying Did you know I can kick? Oh yes I'm out Where's a gun? Bonk Bonk It was a prank It was a prank Give it Bam bam, so Shame bonus hoffentlich Groovy So, wir können raus Ich möchte mich aber hier nochmal umsehen Ihr werdet nicht entkommen F2 kick funktioniert V geht aber Wie's da unten halt auch steht Der hat mich echt Der hat mich echt Der hat mich echt Iiler hat sich jetzt alle Jetzt alle This looks like fun. He did not feel a thing. Not yet. Oh damn, es ist voll. Äh. I can do this all day. Matrix-like jetzt hier das Level. Mega. I come in peace. Huh. Ist hier niemand? Zellen oder sowas? I don't know. I'm not sure. Shotgun, let's go. Someone is gonna start crying. And it's not gonna be me. It's not gonna be me. Ready for action. I am doomed. Oh damn, ich bin dead. Nicht aufgepasst. Oh, meine Accuracy ist für einen Arsch. Ich frage mich, ob das von meinem Testen ist. Ich gehe einfach mal davon aus, es soll auch passieren, irgendwie. Obwohl ich mir nicht sicher bin. Vielleicht soll es auch nicht passieren. Es war alles ein Traum. For what no purpose are the evil Goblet of Stunning Roger's memories. Complete the memory the way that it really happened by Secure and Duke. In case you didn't know, this is a Rook-like game. Each run you start over completely, but with better mastery over the game mechanic. Okay. Instant restart, let's go. Machen wir noch einen, einen, einen Versuch, ja. Okay, wir haben noch... Wir haben noch keine, äh... Pull it time. Okay, jetzt haben wir ihn. What a mess. Why don't you tase someone else? Okay, irgendwas hier oben noch, außer die Jungs. I come in peace. I come in peace. Das ist gelogen. Okay. Hier kamen wir, glaube ich. Oder? Wir waren hier hinten. This gun is out. Where is the next? Shit. Who wants to dance? Terminated. Sub-Machine Gun, wir können nochmal eine Piste... Ich mag die Sub-Machine Gun, die Sub-Machine Gun war ziemlich cool. Shotgun nicht so. Oh yes. Think about how I feel. I am unstoppable. End of the life. Out of ammunition. Again. So, hier. Okay, wir haben ihn gerade umgeklatscht. Scham, wo ist seine... Scham, wo ist seine... Seine, seine, seine Pistole. Ich wünsche seine Pistole nicht. Er hat dafür aber eine Pistole gefunden. Ne. Hä? Er hat eine. Schwarz. Jetzt haben wir sie. Was hat mir Schinger noch? Okay, raus hier. Wir gehen zum Exit. End of the life. Was soll's. Ich glaube nicht, dass das passieren sollte. Okay. Wir sind irgendwie durch die Welt gefallen. Das ist natürlich bitter für uns. Allerdings, so weit, so ein interessantes Spiel. Mir hat es sehr gut gefallen. Ist natürlich in der Early Access, in der Early Stage, also kann das gerne mal vorkommen. Auf jeden Fall, lasst gerne ein Follow da. Schaut euch das Game an, wenn ihr möchtet. Die Demo ist kostenlos auch Steam und G-Bound erhältlich. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Schaut euch gerne bei Twitch vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.